Ja, stimmt. Player, there's one. Ja, deswegen habe ich auch weniger Score als du, weil ich mich für den Score reviven musste. Einmal beim Bossfighter hat er mich voll ins Gesicht gedonnert. Kills 85, Perfect Words 55, Best Combo 39, Gorgasm. Ist das jetzt gut, wenn ich mehr habe oder weniger? Das ist nämlich die Dauer, die du den Gorgasm halten konntest. Ah, ja, gut. Screeny, schäm dich! Was? Du hast, ich wollte, ich, als ich Gorgasm hatte, wurde ich nach kurzer Zeit mehr getrunken, weil du es vergeigt hast. Ja, ich lasse mal die Aufnahme laufen, ich bin ganz kurz auf der Toilette, ich habe Tee getrunken und es war zu viel Tee und bei Tee muss ich alle heilischen. Oh, okay. Oh, okay. Talking to fucking people, I have a story for you. Sit back and listen, it's quite amusing one. Well, I took myself to buy you. I could not believe my eyes. The folks have been mutated, not quite dead but not alive. Wasn't really looking for love but they say that's when it strikes. She had that look of being dug up but that's the type I like. Yeah, free world, man. One man's meat. Yada, yada, yada. Man, she was good. Oh, she came towards me, said no words, just kinda snarling. As you tried to eat my brains out, I just had to kiss you, darling. I think I kinda rushed it though, cause it's her lips that touched my mouth. Her comes broke free from her face, that a rude to spit them out. Schallfähigkeit 1, Distanznießer. So, dann machen wir die zweite, sagen wir mal, Mission Naked Terror. Naked Terror? Er macht der Terror ist immer gut. Ja, und das hat hier so die Tagline, they will strip your flesh. So. So. Oh, süß. Ja, ich... Warum kriegst du immer die cooleren Charaktere? Weil ich Spieler 1 bin, okay? Gut, die zweite ist auch nicht hässlich, aber... Ja, die zweite ist nur ein bisschen dumm und hat, naja... Naja, ich sag mal, so eine Prothese. Also eigentlich eher dein... Eigentlich eher dein Part. Nein. Intermission. So. Und ja, sie kommt auf den Rollstuhl an. Ach, das ist die, das ist die, ja, die von gerade eben. Ja. Ja. Ich bin dumme Dus... Ich bin wahrscheinlich die dumme Brustprothesenfrau. Ja. Ja. Candy Striper, just your average girl next door. But behind her wholesome image lies a dark secret. Um, okay. Jasper, my special little chair bear, one day we'll be free of this hellhole. Forced to degrade herself night after night for cheap thrills and a handful of dollar bills. Ja! Ha 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 ha! Ah, nix in Maht! Ja! I swear, Caesar, I'm gonna shove this gun so far down your throat, that I've gotta force my hand up your ass to pull the goddamn-trigger. Ha, ha, der Spruch is good. Fuck, kid! Didn't your mama teach you to knock? Oh, Varla, I'm sorry. I thought I heard Jasper's carpooling up outside and couldn't wait to see him. Well, you're not going to be much good to him with no head on your fucking shoulders. Not that you'll be much good to him now anyway. Well, what do you mean? He's gone, sugar. He's left me? How could he? He didn't have much choice in the matter. Oh, no. My baby's been wheeled by another woman? No, girl. Jasper's taken that great stairlift in the sky. That can't be. His only went up one floor. His batteries are flat. Oh, that's silly, Billy. I always told him to carry a spare. He's walking dead. No! 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 Thank you. I'm sorry. Here. He would have wanted you to have this. I love candy. Now, dry your eyes. We've got a scumbag to kill. Where are my keys? Oh, Coco and Cindy took your bike. They wanted to go to the biker bar to turn some tricks. Really? Anything else I should know? The zombie apocalypse. Just that. Never mind. Get ready to be titillated, tantalized, and teased by tasseled titty temptresses. Yeah, that's good. But beware. These kittens have claws. Nice. They have guns. Naked desire. Naked lust. Naked terror. Adults only. Keep your hands on the cover. I find this shit. Yeah. I find this shit. I love so Spiele, die erstens so komisch, also so ein anderes Gameplay haben und einfach sich überhaupt nicht ganz nennen. Hey, artists only backstage. Damn. And stripper. Man. Es gibt einen Grund, warum das auf Platz 1 meiner Games of the Year ist. Ich weiß nicht. Es ist ja auch überhaupt nicht schlecht. Ich weiß nicht, das ist einfach cool. Es ist ein Ra- Oop. Extreme Violence. Hm, das war schlecht. Man, da fiel die Kartei. Ganz worse ist Zombies Garden Warfare. Nö. Ach, Fake-Tan. Ich hab Fake-I-Am gelesen. Die hätte ich gerne. Ach, Mann. Ich lese mal das Falsche. Hat die gerade gesagt, watch your hands? Watch your hands. Gott, das war richtig grottig getippt. What kind of asshole locks a fire exit? Ja, da war ich ein Tipp zu langsam. Das sind aber echt nicht meine Wörter hier. Business as usual out here. Another bunch of creeps pawing at your body and tipping badly. Tipping badly tipped. Tipped. Das ist meine Stage, B***h! Was? Sind Sie schuldig? Das klappt nicht als eine verdammt Überraschung! Madonna, Kip-Up! Madonna, Kip-Up! Das sind so gut, Junge! LOL Hier wirst du wahrscheinlich euch deutlich vorne legen Okay, jetzt hab ich gleich meine Kompon verloren Na, ich hab nur 6.000 Punkte, mein Freund Extrem schwer Ich bin der einzige, der hier, der sich ihre Geldmöglichkeiten auf dem B***h stage schlägt, B***h! Oh, yeah! Ja! Ich bin so schlecht, wenn's darum geht, schnell diese Tasten zu... ...an diese Tasten zu kommen Let's just go! Let's go! Let's go! Das kann ich gar nicht, älter! Boom! Das geht ja gar nicht Das geht ja gar nicht Oh, halber Schiss Oh, ich bin nicht überholt! Wie geht das denn? Ja, du hast doch seine Kompon läuft immer noch Nah, okay... Ok... Jetzt bleibt sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr Was hast du für'n Schwachsinn gerade? Das Scheißbescheiß hast du nicht genommen. Aua. Was für ein Zudem? Wer das besonders schlecht tippt oder was? Wiel ist halt so kompromisierte Alle von Kills wird ja dann eine Punkte, da ein Kombo, ähm, Ding ist. So, und wird dann, ja. Du siehst das neben deiner Punktanzahl, diese Devolver-Munitionsanzeige. Oh mein Gott, ich glaube wir brauchen eine Aisle auch eine Aisle. Du bist für die scheiß fliegenden Objekte zuständig. Mach ich doch schon längst. Das, ich hab manchmal das Gefühl, der nimmt meine Tasteneingabe nicht. Aber ich tippe wahrscheinlich einfach nur Scheiße. Seventy Sexism, okay. Tentakelwespe, okay. Das hinterfragen wir mal nicht, ne? Ne, 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 ne. Das ist schade. Wie können sie das tun? Mit kein Barbecue-Sauce? Mani, da. So, Soda Panda. Panda Stöhnen, okay. Das ist so. Ja, und Solar Panda. Das war jetzt auch nur minimal peinlich. Ja. Ja. Varla, schau. Da ist dein Auto. Keine F***-Sauce, doch. Ich sehe, die Service hier noch nicht verbessert. Ich hab dieses Ziel schon gedr... Aua. Ey, ich hab das ja abgeschossen. Ja, ich hab auch draufgedrückt, schon hab ich das Gefühl. Broken, broken, broken. Aua. 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 Wollt wir nicht zum Krankenhaus? Ne, das ist einfach mal unsere Side-Story. Die beiden Kerle sind auf dem Weg zum Krankenhaus. So. Which one of you b****** has my fucking keys? Damnit Cindy! Have you lost weight? Where's your little f*** buddy? Ist du weg? Äh, ja. Ja, Gottes Willen. What do we do now? Oh Junge, das ist ja mal mega widerlich. Coco and Cindy. Ich feuer einfach aufs Erstbeste. Oh, ist das hässlich. Oh, ist die schön. In Klammern, nicht. Oh no, my friends. �htger직onel Kurz, das hast du überledigt. Muss man den Monarch im richtigen Moment drücken? wir müssen sie einfach tun bevor es da ist Ah, ja gut, ich hab ja getan Was tut das wieder? Sehr schön Ich mein, wie war ich mostly moist Nein Bei mir war es fabulous fetisch Ja, okay You're serious, right Oh, das hat sich geändert. Auge, Auge. Ja, das Wort hat sich einfach mitbegründet. Nettlich, du Misty. Okay, du musstest es drücken. Ich hatte es aufgedrückt. Wir haben, glaube ich, beide drücken. Ne, ich habe keine Tasteneingabe. Du hast gerade Schaden genommen. Ja, aber ich habe keine Tasteneingabe. No. Auge, ich bin gleich tot. Ja, du bist gleich tot. Ja, ich habe keine Tasteneingabe. Oh, Junge. You are dead. Continue. Es ist so unfair. Ich habe eine Zeit, es hat... Der Wert, du blödes Misty. Ich kratze bei jedem Boss-Fert irgendwie mal ab, habe ich so das Gefühl. Hallo, ich habe es eingegeben, Alter. Alter, nimm die Tasten einfach mit. Ich bin gleich tot, Alter. Du hast die Zeit. Ich habe die Zeit nicht, um die ganzen Wörter anzuregen. Du hast die Zeit, ich habe die Zeit nicht, um die ganzen Wörter anzuregen. Ich habe die Zeit nicht, um die ganzen Wörter anzuregen. Abgeblättet. Ich gebe es ein und sie griften mich trotzdem. Wie unfair ist das denn? Okay, lass mich einfach die Weiterschreibung und du wirst die Dinge ab. Okay. Okay. Hm. Yes, fuck. Danke. Yes. Fuck! Guck, das meine ich. Das finde ich so unfair. Du hast einfach die Zeit, Teilsgams für das einzugeben. Ich habe noch 7000-Score. Ja, das ist so unfair, dass die Teile einfach weggeteilen. Na! Ich habe, ey. Ich habe der letzte Buchstabe hin. Ich komme nie dahin. Beim letzten Buchstaben sterbe ich immer. Nein. Ey. Das ist einfach nur noch nervend. Ich kann das Wort so oft eingeben, wie es mir sch... Ah, jetzt ist es abgewehrt. Nein. Du musst hier nicht mitfässern. Ah, haha. Nein, 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 nein. Ich bin ernst. Da hat's der Held mal wieder gerissen. Ja. Da. Ich weiß noch nicht, wie es holt. Das Timing ist manchmal echt mies. Äh. Ich bin noch nicht weg. Oder ich werde wieder wegziehen. Ich werde das St. Bögen noch nie wiederholen. Was ist mit ihnen? Wie wurde das so geschaut? Wenn ich weiß, aber ich hoffe, dass das Sick Fuck-Scaesar etwas an zu tun hat. Wo ist er jetzt? Er ist geschaut an zwei Arschleden. Dann müssen wir nach ihnen gehen. Nein, Kinder. Es ist zu gefährlich für dich. Jasper wouldn't want you to risk your life avenging him but Papa Caesar killed him tell me something I don't know girl well Jasper had this thing he liked me to do where I'd uh fuck I don't need to hear that now let's get you the fuck out of here then are you going to try to find Papa Caesar listen sister I don't try anything I just get up and do it and when I'm done that fuck will be dead now come on right into the night a trail of carnage mayhem and devastation behind them driven by a single desire revenge oh es kommt die grausige Levelzusammenfassung weißt du auch hier am Ende habe ich mega Punkte verloren joa ich hab sogar noch mehr Punkte als du ich hab mehr oh ich hab weniger accuracy als du letters typed habe ich mehr kills habe ich mehr perfect words oh habe ich okay habe ich sogar mehr bestes combo habe ich mehr Gorgasm du hast kein Gorgasm geschafft nein bis dahin wurde ich mal getroffen lol player deaths 2 ja gut equally failed my friend ah ja haben wir dabei ziemlich gefällt würde ich sagen und rat mal was ich vor der nächsten Kampagne machen werde aus Klogin